ich habe das buch für mich geschrieben in erster linie für die leute an meiner seite für viele ganz ganz liebe menschen in meiner familie letzten endes natürlich für unsere fans und natürlich auch für einige kritiker die damit meinem leben besser auf den grund gehen können und gewisse verhaltensmuster von mir in der vergangenheit vielleicht auch in der zukunft besser verstehen war mir wichtig und ich bin sehr sehr dankbar und froh wie es jetzt geworden ist nein ich möchte mit diesem buch nicht meinen ruf zurecht rücken ich möchte mich einfach nur so zeigen wie ich wirklich bin und woher ich komme was das leben aus mir gemacht hat wie ich mit kritik umgehe wie ich mit schwächen mit fallgruben des lebens umgehe woher ich meinen mut ziehe und vielleicht auch einigen anderen leuten die sich in einer ähnlichen situation wie ich befinden eine art brücke bauen in richtung besseres leben und vielleicht auch verständlichere sichtweise auf leute die man durchaus kritisieren kann naja im grunde erzähle ich auf für mich oder umgekehrt auf die für mich ehrlichste art und weise das was sich seit meiner geburt widerfahren hat was mich zu dem gemacht hat der ich bin was an meinem leben gut gelaufen oder in meinem leben gut gelaufen ist was schlecht gelaufen ist was ich besser machen möchte ich gehe sehr selbstkritisch mit allem um und habe in diesem buch sehr sehr viele linge über mich selbst erfahren die in diesem schreibprozess entstanden sind und war eine sehr sehr spannende erfahrung mir selbst wirklich ganz ganz tief auf den grund zu gehen und all das probierte ich letztendlich letzten endes mit vielen anekdoten mit vielen geschichten spannenden erlebnissen in diesen 400 irgendwas seiten zu verarbeiten ich habe das buch wie eigentlich auch meine musik natürlich in erster linie erstmal für mich geschrieben aber eben auch natürlich auch für die welt um mich herum ich bin ich bin zwar ein mensch der durchaus wichtig nimmt was in seinem leben passiert und auch viel darüber nachdenkt aber ich bin auch nicht so egoistisch um Dinge nur für mich alleine zu machen das heißt ich habe schon großen trieb und drang auch letzten endes auch als musiker meine befindlichkeiten mit der welt zu teilen und ich glaube deswegen steht man auch auf der bühne und deswegen schreibt man auch ein buch dieses buch ist sicher geeignet für freiwillig fans dieses buch ist geeignet für freiwillig kritiker dieses buch ist geeignet für viele viele menschen die sich irgendwo an den rand abgestellt fühlen und irgendwie das gefühl haben dass sie nicht rauskommen weil man sie auch nicht raus kommen lassen will dieses buch ist für menschen denen die hoffen ausgegangen ist dieses buch ist für viele leute die eine art glaubenskrise durchleben die sinnkrisen durchlebt haben und sagen okay mich interessiert es wie philip es gemacht hat ich glaube dieses buch ist auch für leute die eine art positives heimatgefühl haben aber dadurch sehr sehr oft über den löffel dieses buch ist eigentlich für alle die auch unterhalten werden wollen und eine tolle biografie wünschen und das sind viele viele weitere gründe sollte ein grund sein zu diesem buch zu greifen und mal in diese seiten einzutauchen das ist glaube ich freiheit mit namen genau wie in meinem fall eigentlich immer hoffe ich dass die leute das buch so lesen und so wahrnehmen wie ich es auch geschrieben habe ohne irgendwas zu verzerren aber ich erhoffe mir ja ich erhoffe mir auch viel diskussion ich erhoffe mir auch für von oder beziehungsweise von vielen leuten sich auch mal selbst auf den grund zu geben und sich selbst mal die frage zu stellen war ich mit meinen anschuldigungen mit meiner denke war ich mit meinen dingen die ich über diesen menschen erzählt habe auf der richtigen spur unterwegs oder habe ich vielleicht nicht auch ein bisschen verirrt oder hinreißen lassen gewisse fallbeile zu fällen oder gewisse urteile in den raum zu stellen die ich in diesem buch glaube ich ganz ganz gut erklären kann und auch bei vielen leuten ein bisschen wind aus den segeln nehmen kann das glaube ich schon wann genau weiß ich nicht aber die idee zum buch kam nicht von mir also die idee entstammt einem sehr cleveren geiste namens steffen miller einst vice warner chef deutschland ein guter freund von stefan unser manager der irgendwann gemeint hat philipp im grunde wird es dir so gehen wie sehr sehr vielen anderen menschen auch die mit ihren texten manchmal nicht die zeit haben gewissen themen wirklich intensiv auf den grund zu geben da braucht es dieses wort geduld und diese überzeugung mein leben mit geduld mit sehr viel transparenz mit sehr sehr viel suche nach meinem eigenen ich sozusagen zu verarbeiten die oder all das gemeinsam hat mich in dieses abenteuer autobiografie getrieben und ich bin der überzeugung dass steffen recht hatte und auch stefan recht hatten oder hatte und deswegen glaube ich war es ein für mich unfassbar wichtiger schritt mich an die heute schreibmaschine sagt man ja nicht an die tastatur zu setzen und gemeinsam mit caroline kuhn und stefan kausen mich meinem leben auf diese art und weise zu stellen meinem leben ihm so entgegen zu stellen ja naja die frage ist warum jetzt schon viele schreiben ja auch mit 80 erst eine biografie und einige haben auch gemeint wieso schreibst du schon mit 40 eine autobiografie dann sage ich kurz und knapp ich habe gedacht und es so empfunden dass jetzt genau der richtige zeitpunkt ist die letzten drei jahre die haben natürlich durch corona mir gewisse freiraum räume gegeben aber viel mehr als die freiräume haben sie mir die möglichkeit gegeben mich selbst zu reflektieren und als alles ein bisschen zur ruhe kam habe ich diese lust gekriegt dieses wie würde man das sagen seelen dschungel abenteuer zu wagen und mich in die wellen meines ichs zu stürzen und deswegen glaube ich ab 40 ist dieser gedanke dann dahin gereift irgendwie ja das thema anzugehen hat jetzt auch ein paar jahre gedauert mein buch ist ja nicht so entstanden ich schreibe was und dann ist es plötzlich fertig sondern ich schreibe was und dann war es irgendwie fertig dann springt man zurück dann springt man nach vorne zurück nach vorne und somit ist es wie bei einem Album bei einem unendlich arbeitsintensiven Album das es ewig lange gedauert hat bis man wirklich sagt so jetzt ist Abgabe und ganz kurze Randnotiz ich glaube ich habe mindestens hundertmal zuhause verkündet beim Frühstück so heute schreibe ich das Buch fertig und es war nie fertig bis mir meine Frau das Verbot ausgesprochen hat sag nie mehr heute schreibe ich es fertig weil es war wirklich nicht fertig irgendwann dann schon aber damit war ein Schweigegelübde bezüglich diesem Satz wirklich auch von oberster Instanz also meiner Frau verpflichtend angenommen so ja zwei Jahre ich glaube ich habe zwei Jahre echt sehr sehr viel und intensiv daran geschrieben manchmal auch über einen Monat wirklich nur getippt Interviews gegeben alles weggeschmissen nochmal neu formuliert mit Leuten gesprochen Kumpels angerufen wie seht ihr das hab ich das noch richtig im Kopf wie das damals war ich möchte sagen worauf ich bei diesem Buch fast am meisten stolz bin dass ich trotz der ganzen Nackenschläge und Einschläge die ich in meinem Leben erfahren habe keinem anderen Menschen Schaden anrichte ich spreche nie schlecht über irgendwen ich habe selbst meine größten Kritiker und Hater nie mit Dreck beschmissen und das war das was ich mir vorgenommen habe es soll um mein Leben gehen wenn ich mich mit Dreck beschmeiße dann mich selbst aber nicht jemand anderen und darauf muss ich sagen unabhängig ob das jetzt ein rein christlicher Gedanke ist oder sonst was aber das gebührt den Respekt mir gegenüber aber insbesondere auch anderen Leuten gegenüber dass mein Buch nicht dafür da ist anderen Leuten an den Kahn zu bissen und das wird viele wundern dass ich es nicht gemacht habe ich habe das Buch nie im Geheimen geschrieben ich wollte auf Nummer sicher gehen dass das was ich schreibe auch stimmt dass sich die zeitlichen Abfolgen so verhalten wie es in der Wirklichkeit auch war ich wollte mir natürlich die Sichtweisen auch von meinen Van Kollegen von Management von Crew teilweise auch von Kritikern mit denen ich auch Kontakt aufgenommen habe anhören daraus filtern und letzten Endes das so abfragen ob es meiner Erinnerung entspricht das ist gar nicht mal so einfach weil die Zeit ja auch nicht außer optisch natürlich an mir natürlich auch nicht so spurlos vorbeigeht aber im Großen und Ganzen war es ein Werk das niemals darauf verzichten hätte können auch mal mit anderen Leuten darüber zu sprechen mein Leben ist umgeben von vielen, vielen Leuten ich mache hier keine Einbahnstraßen keine Ahnung wie nennt man das denn Strecke von Null bis zu meinem Tod sondern es ist so dass ich ein großes Umfeld an Leuten habe auf der einen Seite die mich das mich liebt das mich mag das mich akzeptiert kritisiert teilweise auch hasst und all das gehört auch zum Leben dazu und deswegen fand ich es auch spannend und wichtig mit solchen Leuten zu sprechen ja das ist ja wohl selbstständig ich weiß nicht wie viele Einsen wir hatten sehr sehr viele Spiegel Bestseller hab ich eigentlich wenn ich ganz ganz ehrlich bin weiß ich nicht kriege ich das hin weiß ich nicht schön wär das natürlich aber ganz ehrlich wisst ihr dass es mir am Ende bei diesem Buch nicht darum geht mit jetzt diesen keine Ahnung Chartplatz oder sonst was zu kriegen unter uns das Geld das ich dafür ausgegeben habe spiele ich in tausend Jahren nicht ein ist aber auch nicht wichtig gewesen das war für mich eine Art Budget das ich mir zur Seite gelegt habe um sagen wir es anders ein anderer macht eine Weltreise ich schreibe ein Buch und will das anständig machen und das ist meine Weltreise durch mein Leben das ist so meine größte Weltreise die ich bis dato gemacht habe das darf auch Geld kosten wenn es ein Spiegel Bestseller wird umso besser wenn nicht das Gefühl mein Bestes zu geben haben das ist mir jetzt schon garantiert weil ich wirklich von der ersten bis zur letzten Zeile jedes Wort selbst geschrieben habe natürlich auch mit Inspiration von Caroline Kuhn und von Stefan Krausen die mich teilweise echt mit Fragen gelöchert haben wo ich wirklich dachte geht mir nicht auf den Keks mit so blöden Fragen aber die hat es auch gebraucht diese Fragen und jetzt ist es rund ganz ehrlich soll ich euch was erzählen mir macht dieses Schreiben richtig Spaß ich schreibe ja auch bei Freiwild die Newsletter also die Fehler nicht die korrigieren ja alle ich schreibe aber wirklich fast alle Texte bei Freiwild ob Posting oder sonst was kommen von mir ich habe ja schon auch beim Handymeer Buch sehr sehr viel selber geschrieben auch das 20 Jahre Buch zu 100% selber gemacht und ich muss sagen mir macht das Schreiben total Spaß die Frage ist ist es eine neue Weltreise in Richtung Verarbeitung von Band von meinem Leben vom Soloprojekt egal was oder ist es tatsächlich mal eine andere Geschichte ich habe tatsächlich wirklich einige Ideen wie ich irgendwann vielleicht mal runter tippe mir schwebt da was von Landwirtschaft vor mir schwebt da was von irgendwie tollen fernen Ländern vor von Abenteuerbüchern vielleicht auch mal keine Ahnung wie wollte ich das noch sagen zum Beispiel Songwriting solche Geschichten das sind schon Dinge für die ich gerne in die Tasten hauen würde aber erstmal reicht es mir und zwar auch von hier bis zum Nordpol ich war froh als es fertig war und jetzt freue ich mich wenn das Buch wirklich dahin kommt wo es auch hinkommen soll und zwar für geistig offene Leute die bereit sind auch mal ihre Vorurteile oder ihre Denkweisen zu überdenken dann habe ich mehr als nur große Freude und das ist nochmal wichtiger als ein Platz 1 oder Platz egal was das ist das ist geheimnisch mit dem Namen Untertitelung des ZDF, 2020